Du sehen kriegst, du kriegst das hundertprozentige, einhundertprozentig, seh, dass du sehen kriegst, nie im Leben, wieso nie im Leben, ich komm mit der Steuerring nicht klar, ist doch easy, wo ist die Küche, brauch wieder Pfanne, ne Pfanne, da, da, ich bin nicht einmal durch die Tür, du kannst auch mit E die Tür öffnen, wenn du das wissen willst, ich lade mich doch in Ruhe, da ist wieder so ein Depper der Zombie, bei mir ist still, ich will gerade ein Buch lesen, Ofenhandschuhe, Schneidbrett, kann man mit den auch, sehr sekundär ausrüsten, ok, ein Schneidbrett, ein Schneidbrett, ja ist aus Holz, was willst du denn schneiden, ich will gar nichts schneiden, Ach komm, reicht lesen, ich kann das Buch mitnehmen, und vorbei, nein, geht's weg von mir, Ja, da Pfanne, ähhh, macht's boink, hello, was hello, zombie, ja das sind mehrere Zombies, ich hasse sowas, warum ist der Zombie jetzt verschwunden, weiß ich nicht, Ich geh zick zack, hi 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 hi, ich werd wieder, alter, bin wieder down, ich bin wieder gestorben, Ja, ich stirb gleich, nicht nur du, Ach, gib bitte, viel zu viele Zombies, Nee, gleich aufgeben, Max, komm bitte, ich will das andere spielen, Ich bin immer ein Mann, ich verstehe es nicht, Ich muss auch weiblich stellen, Ja, ich muss immer auch weiblich stellen, Ich hab mich zu dir teleportiert und gleich gestorben, Instant, Instant verreckt, So, jetzt schauen wir mal, wie ich was finde, Wo ist die Küche, Das ist das Badezimmer, Ach Gott, ich finde nicht einmal durch die Tür, So, ich bin, ich bin, ich bin ein Messi, Ich bin richtig an Messi, Du bist ein Messi? Mhm, ich bin richtig an Messi, Da ist ja gar nichts drinnen, Ich bin eine Polizei, Ja, bitte, Ah, jetzt bist du weiblich, Da hat sich ein Zombie ein, Bitte, Ich nehme ein Brotmesser, Stich, Stich, Ja, leg die doch hin, Entlegen, Taglich schlafen, Jawohl, Ein Brotmesser ist OP, Aber richtig OP, Hallo, Zombie ist tot, Wer ist tot? Der Zombie, Oh mein Gott, Da kommen ja wieder so viele, Ja, wo verläufst du hin? Nein, geh weg! Oh mein Brotmesser ist kaputt! Geh weg! Geh weg von mir! Lauf vorerst lauf! Papa! Hier kommen alle! Wie du läufst! Was ist da? Da ist ein Haus! Wo ist ein Haus? Ich will da hingreifen! Geht nicht! Da ist eh nur Müll! Da ist nix! Oh nix! Da ist nix! Da ist nix! Lass mich in Ruhe! Wo ist ein Haus? Da stehen ja überall Zombies! Ne, rechts sind keine Zombies! Oh ja, da ist da hinten ein Zombie glaube ich! Macht doch nix! Polo stirbt! Wahrscheinlich! Im sechsten Mal! Nein! Gib mal Ruhe! Du! Wir müssen... Wir müssten eigentlich irgendwo hinwo weniger sind! Ja, wohin? Irgendwo weg! Weg! Na, da ist ja nicht die Zombie Party! Ja, da ist auch da drinnen, oder? Ne, überall sind Zombies! Nein! Weg von mir! Weg von mir! Alter. Alter. Nein. Gleich auf 180 Holo. Weg. 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 oh mein gott ich bin im haus darin wo lauter zombies in der nähe sind ein fleischer beil nice du bist und nur blut ist ich will in das haus hinein aber das geht nicht gesperrt der will hinter dir herlaufen ich krieg n lachkramp was denn da musst du flüchten ja ich mache das ich probiere das immer er musste immer öfter probieren ist es irgendwann bis irgendwann funzt mit der steuer regnet von und an die verdrücken immer wie kannst du dich verdrücken ich renne immer in die falsche richtung oh shit da war ein zombie da ist das zombie da kannst du auch mit der maus laufen wenn du es weißt was heißt ich kann mit der maus laufen wenn du auf mit der maus dahin drückst wo du hin wo du hinlaufen willst da läuft automatisch auch hin da kannst du ja mit rechtsklick machen und tür öffnen da läuft automatisch hin da bin ich gestorben na siehst du das weil da 20 zombies bei mir ungefähr waren ne wir warten auf max und spielen wir da das andere da muss ich wieder alles wieder umstellen das ist auch mistig was du musst ja alles wieder umstellen ja aber das ist nicht lauer ich stirb um unterbrochen ich spiel nicht einmal zwei minuten und bin schon tot wieso alles umstellen das kann ja ich machen hast gesagt ja aber vorher weiß aber nicht wie es geht ja eben irgendwas muss ich eingeben das weiß ich hm also genau was man eingeben muss weiß ich auch nicht und da verlangst du das von mir dass ich das weiß oder wie ich dachte du kennst jemanden das sieht er aus kennt der dir das erklären kann ich dachte du kennst da jemanden weil du bei den anderen ja mord bist ja aber da muss ich immer nur aufpassen ja kannst du hier auch ja bumm 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 schön auf den schädel hauen schön den schädel blutig hauen ja alles gut ne zombie oh du hast schon keinen bock mehr na 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 okay na ja ja Das ist doch so. Irgendwann kriest du alles hin. Irgendwann kriegst du alles hin. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Aber hey, ich wurde nicht gebissen. Was? Hallo, Firefox. Wieso, wieso, äh? Wieso, äh? Wieso machst du äh? Äh? Ja, Firefox macht äh. Äh, im Chat, äh. Aber du hast unten rechts. Was? Das ist Maxlmander. Hey, Honu. Das ist der Heroin-Trainingsanzug. Nio. Ist der Match. Für die Haarfarbe stimmt nicht um die Länge. Woher willst du das wissen? Okay. Ich hab kein Pokémon gekriegt. Was? Ich hab kein Pokémon bekommen. Ach, der ist geflohen. Ja. Sag ich doch. Ich hab nur mehr einen Pokéball, bis was soll das? Da kannst du ja auch Poké-Gift gehen. Oder wie das heißt. Ich hab schon wieder das L. Kein Problem. VTuber. Hm. Ja. L-Stück. Ich laufe und laufe und laufe im Galopp, im Galopp, im Galopp, im Galopp. Jetzt kommen sie rein. Jetzt sterb ich. Da kommen auch noch welche. Oh, shit. Bin abgehauen. Bin abgehauen. Bin geflüchtet, ohne getroffen zu werden. Haha. Haha. Hahaha. Was denn was Holo? Wieso so negativ? Hahaha. Hm? Hat's gelesen? Weil ich dir zuschaff. Wieso schaffst du mir zu? Hahaha. Er flieht kurz ins Essland. Okay. Viel Spaß im Essland. Guten Hunger. Aber er überfriss dich nicht. Der ist ja nur vegetarisch. Ja, trotzdem. Wenn er nicht weiß, was gut ist. Oh. Aber ich hab heute auch vegetarisch gegessen. Oh, ist doch lecker eigentlich. Der gebackene Käse war gut, ja. Aber ich finde, es gibt nichts besseres. Wie machst du das Kastlauf, wenn du die tot sind? Mit Rechtsklick. Mit was? Rechtsklick. Hier oben sind ja die beiden. Alles nehmen und die anderen Sachen. Kannst du hier durchsuchen. Aha. Ja, alles hier oben drauf. Die beiden Kästchen. Ja, das weiß ich. Oh, hey. Vier Zuschauer. Ja. Das heißt, bei den anderen Spielen nicht. Na? Das sind's wenige. Also, das heißt doch was, oder? Das Hulu hat keine Lust. Hier macht's keinen Spaß. Nein, stirbt dauernd. Das dauert nicht länger. Aber es ist leichter geworden. Jetzt sind's weniger als am Start. Was? Jetzt sind's weniger Zombies als am Start. Weil die jetzt alles in die Innenstadt gelaufen sind. Und ich schau hier dr- Super. Und hier draußen, wo ich jetzt bin, sind hier kaum welche. Mag schon wieder da? Mag schon wieder da? Hulu hat keinen Bock mehr. Richtig. Aber wieso gibt's da eigentlich immer so schnell auf? Wenn mir das im Nerv geht, wenn ich dauernd stirb. Ah, ist bei diesen Spielen normal. Sag ja, du hast eine Ausdauer, die ich nicht hab. Ist bei diesen Spielen ganz normal, als du stirbst. Was ist ein Bandeau? Hm? Nee, das mag ich nicht. Was? Aber was? Bäh, ein Lilla. Was ist Lilla? Das Leiberl, was ich da angehabt hab. Ich und Lilla. Oh Gott. Wieso, oh Gott. Wieso, wie geht die geht? Wieso, wie geht die geht? Weil ich Lilla hasse. Was ist denn das? Ein Burgerladen? In dem Haus. Was ist bei dir, meinst du? Bindefaden. Was mache ich mit denen? Bindefaden dazu, äh. Mit Stoff. Solche Laken. Machen. Äh. Umdrehen. War was drin? Na. Jo, gekoont. Oh, jetzt spielst du doch wieder. So. Ich hab wieder Besuch unten. Ja, ich weiß, ich hab auch Besuch. Hoppala. Wo ist denn der? Da drin ist er. Ja, kommt's. Lass mich ein bisschen Ruhe. Und tschüss, Zombie. Das war easy. Was wieder schmutziger Bandage. Schmutzige Bandage. Schmutz, schmutz. Ich bin gebissen. Ich blute und ich bin infiziert. Nice. Ich weiß nicht, ich rede mal nur. Ich bin auch weggerannt von den meisten und dann war es irgendwann viel weniger. Ich bin weggelaufen, da hatte ich nur ein, zwei Zombies vor mir. Das sind ja überall Wöcher, das ist ja nicht normal, bitte. Wo ist Tiere ins Zahnwöcher? Naja, außer wenn du weiter weg bist. In Wäldern und so, das sind am wenigsten. Schwimm, ich schwimm, ich waschen, waschen, die Kleidung muss gewaschen werden. Alles gut? Haus-Schlüssel. Nimm mal mit, einen Haus-Schlüssel. Kann man ja nicht genug haben. Hä? Ein Haus-Schlüssel kann man nicht genug haben. Das ist eine überruhe Wöcher, bitte. Bitte. Was liegt denn da? Was liegt denn da? Am Herd? Ein frischer und ungekochter Eintopf. Hm. Yummy yummy. Muss eigentlich gleich in den Kühlschrank rein. Sonst wird er nicht mehr frisch. Oh mein Gott. Oder muss ein Gefühl schon? Weiß ich's nicht. Die füllen geringwügige Schmerzen. Aber er hat gleich gesagt, du hast keinen Bock drauf. Weil es dir zu schwer ist. Weil das kann ich doch nicht wissen. Was denn? Dass es dir zu schwer ist, dieses Spiel. Ich hab ja nix gesagt. Hä? 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 Oh Mann. Nein. Weg. Einmal weg. Einmal weg. Satan weg. Welcher Satan? Die da, was da da herankommen, die Satans. Ach so. Nein, was macht ihr? Weg von mir. Warum rennt die nimmer mehr, die blöde Kuh? Weiß ich nicht. Ein kommende Käft. Mal ein kommende Käft lesen. Die rennt nimmer mehr. Ja, ne Salsa puste. Weil du musst auch mal ne Pause eingen- Ah ja. Machen. Weil irgendwann ist die Ausdauer auch weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Noch renne ich davon. Aber du kommst weg, oder? Nein. Weil die rennen mal nach, die Deppen. Nein. Die hören irgendwann auf, wenn du weiter weg bist als Sichtweite. Wenn du außerhalb der Sichtweite. Wenn du außerhalb der Sichtweite bist, laufen die nicht hin. Das geht nicht. Mich verfolgen da jetzt, weiß ich nicht wie viel. Wir spielen Polonaise. Polonaise? Was meinst du mit Polonaise? Na den Tanz da. Achso. Die Polonaise spielen wir gerade. Du so. Wir ziehen gleich die Löcher aus dem Käse. Oh weh. Zerreißen, 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 zerreißen. Heute bin ich stehen geblieben und jetzt haben sie mich. Na klar. Stehen bleiben passt ja nicht. Super. Wo sind die jetzt alle hergekommen? Es waren zwei hinter mir. Weiß ich nicht. Weiter, ne. Ich geh mal aufs Klo. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Da jetzt mal ein bisschen Zeitung. Bisschen Zeitung lesen. Schon eine Stunde. Boah. Eine Stunde. Ich bin jetzt eigentlich gar nicht so schwer, dieses Spiel. Keine Ahnung was er da hat. Bei mir das will ich auch mal waschen. Wenn ich mir mein T-Shirt waschen ... Mein T-Shirt waschen ... ...ir ist schmutzig geworden. Da ist einer ... Eis. Ich bin dann verhungernd. Warum? Kann ich die Dose essen? Nein, kann ich nicht. Wo ist jetzt? Da. Essen. Alles essen. Also willst du was anderes spielen? Wenn du mich wieder aufheitern willst, ja. Wenn nicht? Dann nicht. Nein. Also du spielst nicht mehr? Ja, ich schau dir zu. Ja, schön. Mir zuschauen. Voll interessant. Ich hab mir Schokolade genommen. Nervenfutter. Was für ein... Achso, Schokolade. Ja, ist Nervenfutter. Aber wieso sind bei dir so viele und bei mir das tote Hose? Ja, keine Ahnung, weil die wissen, dass ich eh gleich stirb. Das wird's sein. Oder du machst nur einen Charakter, gehst unter... Äh... Spieler und teleportierst dich zu mir. Überschern. Uke, der Schokolade. Hörn. Ja. Aus. Hörn. Bist nicht auszustellen. Oh, sprach. Das war viel zu laut. Das war viel zu laut. Polo streamt nicht. Jetzt warte, warum du mir ins Ohr geschrien hast. Autsch. Polo streamt wieder immer Win-Spaß. Das war maximal zu laut. Das ist korrekt. Das war sehr laut. Ich hätte fast einen Gehörsturz gekriegt. Und ich habe ihn gekriegt. Von den Au. Weißt du, das war gerade leise und dann kriegt so eine Lautstärkebelastung. Maximal. Das war die Wofür, das war die Leise und dann kriegt so eine Lautstärkebelastung. Ich werde das auch nicht auf dem Weg gehen.